ich hab die amsel auf 50 gebracht ja den anderen muss ich noch ich wollte jetzt bloß die hand aus dem quick play verbrauchen und dann in herren versuchen 50 zu kriegen das ist aber ganz schön sogar ein vogel du 2a muss ich ja muss immer warte ich brauche für meine ich glaube so haben wir hier schon ja die frage ob wir bei wusser das ist auch noch drinnen ist ein blutlinien xp muss ja eben gucken wegen was hier noch so drinnen abgeht aber wir sind ja zum vor dann die grunde hier vorne als du ein doktor sie ist auch mal bescheid was heilung gibt alle klar die heil fährt ruhig mal ins feuer laufen können da ist die mit feier äh nö nö wow sind sie immer noch da nö nö alles gut aber selbst wenn bis halt heiß und so magst du denn guck schon mal zum anderen ob wir den vielleicht auch noch kriegen dann ja nur ein wolfs set quasi da wo schon hier ist eine schlange mh 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 r mh Okay, jetzt mal der Armut. Ich weiß nicht, ich hätte gerade jemanden Schleichen gehört. Okay, dann zieh mich. Wir haben auf jeden Fall zu. Irgendwie könnte man da durchwerfen. Irgendwo könnte man hier... Ich finde das Loch nicht. Ich höre sie. Da könnte man... Da habe ich mich gerade erschrocken. Oh, da ging es nur mit... Was willst du sagen? Man konnte mal durch eins von diesen Fenstern mit einem Dynamite durchwerfen. Ich weiß bloß nicht mehr, wo... Es sei denn, die haben es geändert. Ja nun. gorgeous. Ich hab dich was. Ich hab dich gewusst. Du bist es gut, Schleich. Ja, ich hab dich verletzt. Ich hab dich verletzt. Ich hab dich verwandelt. Ja, wir können mich! Ich hab dich verletzt. Ja, ich hab dich. weg hat ein dickes dynamit oder auch nicht die schlänge die schlänge unten und steht hier drüben ich glaube außerhalb ist noch einer hier weg ist ein dickes dynamit ist nach vorne mit was schön draußen ist einer wird nicht schnell ja mann ich hier drüben hast du ihn gelodelt? ich habe beide gelödet der liegt hier oben achso wir haben ja keine türen mehr so hier genau hier war die ritze wo man durchwerfen konnte sie von außen nicht gesehen der wird nicht rankommen kannst du verknicken der wird warten bis wir rauslaufen jetzt war das die wo wir doppelbauen die raus sind oder welche waren das letzte 8 die die auf dem dach die weg gelaufen wird freude soweit wechselt wird er doch bestimmt irgendwie so ein großes auge haben macht auge heute muss ich aufs klo pinkeln das ist ab normal leute schon klappt holland so was hast du finde war für mein freund eine sekunde sie nicht ja das ist hier irgendwo bei kron Rooted Rot So, ob du wieder aufstehst, mein Freund? Sind wir gnädig oder sind wir nicht gnädig? Lassen Sie sich wieder aufstehen. Jetzt geht es weiter. Da kommen die Mäute angelaufen. Dann nimm mal der Tobi, der Arschloch. Da kommen die Mäute angelaufen.